eine wunderschöne guten tag und herzlich willkommen zur neuen folge ls 19 auf dem bergischen land mit dem max und dem krieger und haben wir die spankurte runter hier vorsicht 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 reicht reicht ich werde jetzt die wolle verkaufen letzte folge wollte ich eigentlich schon machen aber es hat sich jedoch dann erreicht 333 verkauft jetzt schon mal 20 paletten das schlüsse form also doch deutlich mehr als gedacht dann noch 56 in der halle ihr habt es gesehen paletten sind doch sehr rumgepackt es ist leider einmal wieder das problem mit paletten hier im spiel so 39 unterwegs zum rolle von 50 verschiedene könnte auch noch mehr oben drauf packen aber ich möchte den hänger nicht umschmeißen wo ist denn der wolle verkaufen ist nicht weit weg ist die straße runter rechte seite strontauk fährst du gar nicht zu mir also weil der kraft ist ja vorsichtig in der kurve nicht umkippen 70 ist erlaubt theoretisch aber die schaffe ich eh nicht mit dem hausern ladewagen wieder zu bauen ja ich will mir einen hänger ja da vorne ist es schon da blieb auch aber da oben blinkt es auch irgendwo müde krampe oder so ja es mehrere sachen wo momentan nachfrage unten blinkt zweimal sogar ja ich hoffe ich kann jetzt hier so dass ihr die so annimmt und dann muss ich mit dem frontlader runter und dann müsste max noch mal vorbeikommen geht nicht mein b-drack ja ich finde mein b-drack da hat zwar nichts vorne dran aber von lada ist doch der wolle verkaufen da bin ich blöd da erschien doch volle paletten ja deswegen aber er nimmt ihn nicht beziehungsweise der trieger erkennt ihn nicht vom fahr mal weg lada jetzt direkt oder bitte kurz weil vom lada kann sein dass der lade zu hoch ist nee der ist schon runter vom hänger ist jetzt leer kommen wir noch um wie vor dass ich da weil ich schwanggurte wieder ran entlang alles um wo ist denn da der tricke anscheinend da nur ganz drinnen da da komme ich nicht rückwärts rein gefahren mit doppelt aufgestappelt anscheinend ist denn nur hier drinnen und ist echt nur hier vorne aber da komme ich nicht rein wenn ich doppelt gestellt sind ach das ist auch wieder nicht ideal von von mott machen leider gemacht geht das ja jetzt bin ich geld schiebst mich hin hallo 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 was war das bei mir hat es ist kommt das spiel gestanden ja vielleicht kann ich mich so quer davor fahren und du kannst die seitlich runter schützen beim zweiten mal mit dem anderen traktor du willst mit einem schönen neuen fahren gell ich dachte ich komme mit dem neuen hin und kann mich dann einfach in den träger reinstellen aber es ist hier nicht so einfach bei mir rennt da Lucky noch so rum nee doch doch du bist gerade über mich selber drüber gefahren jetzt kannst du die nach hinten wegkippen alle machen wir nochmal weg da rand rand das sind erzlichen ich wollte es noch ein bisschen ich ein mal mit profis gelacht ich ja war noch nicht vor alt so und jetzt haben wir auf die vorderung verhalten wenn ich den hier ja jetzt wenn Taylor schon praktisch also die Leute ihr seht hier arbeiten also das ist echt das ist ja in der Hörer bis jetzt wenn sie auch nicht verkauft ja ich weiß das war mal fort hier aber noch nicht die Spannkorte weil ich kipps das sind jetzt wieder die jetzt fahren wir vor ja da wurde einer verkauft da wurde was verkauft trotzdem vorgefahren so ja ja so ich hab aber noch einiges drauf hier ich weiß ich sehe das ja ich wollte es nur gesagt haben jetzt guck mal jetzt 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 hast du mich natürlich so gestellt jetzt kann ich hier nicht mehr fahren runter den Spanggurten Bombs ach Mensch Lucky so dass wir keine 3 Stapel drauf gemacht haben ne da wäre ich ja gar nicht mit hingekommen also Leute man merke Wollepaletten nur 1-Z-Stapeln und verkaufen dann drückt man immer nur 10 weg extra den Anleger gekauft und so ich dachte komm ja fahr dankeschön deswegen ist der Panda es war jetzt auch voll creme beta wie war das jetzt gebracht naja ich kann es nicht genau sehen aber ich hatte vorher nicht nicht viel ich hatte ich glaube gut 50.000 das gut war ne warte ne 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 weniger ähm ich hatte ja doch schon 26.000 also so um die 30.000 schätzt das sind die Paletten um die 30.000 ja 20 Paletten 1300 noch was kommt hin so auf dem Fanta 2 theoretisch habe ich ja noch 7 Paletten über 7 waren es nicht 7 Paletten oder 6 6 volle eine eine andere die könnte ich jetzt eigentlich auch noch verkaufen beziehungsweise oder auch nicht erst mal ein bisschen ansehen drauf ja kannst du ja den großen nimmt klarte derweil auf ui 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 jetzt habe ich einmal auf die Karte kündigen Pfosten gefahren es ist heute wirklich nicht mein Tag ich nehme hier jeden Pfosten heute mit ey man hat so Tage du hast vorhin schon meinen ganzen Zaun zusammen gefahren ja 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 ach herr so ähm den fahren wir mal beiseite beziehungsweise den brauche ich ja an der Seemaschine ach jetzt muss ich gucken ich hab jetzt ein ein Agri Bumper vorne dran ob ähm ob äh mit Agri Bumper auch das Front den Fronttank dran kriegen und fährt in der Zaun Fähre jetzt so langsam die Schläuche nicht dran waren ich wäre echt geertig dass ich die angekoppelt hab und wir müssen gerade einmal hier hinspringen der 800er muss noch gerade eine Strecke machen Riga hast du eigentlich noch was zu dreschen da hatte ich den Kursbefahrer rausgenommen Riga ja nur noch die letzten paar Meter auf dem Einfeld warum dann bist du durch schon ja ist eigentlich 124 nicht mehr nachgewachsen ne und lohnt sich Ackergras ja dann wissen wir ja das geht natürlich warum haben wir uns den Drescher nicht schon früher gekauft weil ihr geizig wart ja 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 seht ihr sooo alles getiefen lockert vorher gell das wollen wir weitermachen ne ne du hast jetzt 8 Meter tiefen Locker ne die ich habe so Paletten in dem Spiel hier äh steht dein Hänger schon wieder bereit Lucky ja das steht da abgekoppelt 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 so dann steht da meiner ne das ist nicht meiner wo steht mein Tausender da hinten so dann werden wir den auch erstmal hier nur beiseite stellen und dann eben nur ein Hunderter nehmen für die 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 Sachen stehen hier drin ne einen Agri Bumper kann man da vorne was anhängen ja 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 geht trotzdem ein Krär das ist ein Ackradeshof das ist ein Ackradeshof ein Ackradeshof Jetzt müssen wir einmal Sehmaschine und Fronten füllen. Ich bin natürlich nicht rein. Züggelrüben, für den Nachschub, Züggelrüben, Beinfelder, echt Züggelrüben, war ja so geplant. Heu, krass. Irgendwas noch zum wegklopfen, Kartoffeln sind nur noch so viele drin. So. Oh, 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 oh. Weicht am Hänger. Noch eine Volle Tour Kartoffeln. und umhängt jetzt sage ich immer noch palettenklinger ja warum warum nicht ich bin lucky laden habe ich nicht gesagt dass ich bei den glas ja schön hast du auch das ist nicht so hoch für den verkaufsträger wird ich habe ich fahre mit frontlader ich bin einfach hin dem versorgte bist du am disco gebadet oh shit here we go again oh fahre hat ja noch fuder kartoffeln weg so entlassen rega ist kratzing rega ist bei dir so windig was hast du jetzt du kratzt immer mal wieder kratzt du dir den am rücken oder was nö ah scheiße ich brauche noch einen curseplayer nein ich habe noch welche hast doch einen ja ich habe aktuell keinen drin ich weiß nicht was ich machen soll ich bin ja hier die ganze zeit am aufladen ich verkauf meine kartoffeln weil ich die produktion so lang es aber arbeitet ja so so für den bremen kartoffeln hatte ich wenigstens immer genug sachen willst du eigentlich mittlerweile immer wieder raps raps ich ich brauche gar nichts oder oder ich brauche gar nicht das 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 was das was das hat alles wieder umgeschmissen nein nein ich habe die palette aufs dach von der fabrik gefunden ja geht aber wieder runtergefallen da kommst du aber hier ja ne die palettenphysik ist gut gebalanced in dem spiel man muss da nichts ändern glaube ich so ich setze mich mal in den kramer der ist eigentlich nicht schlecht der kramer muss ich sagen ähm womit er zu kämpfen hat ist mit schweren lasten also wenn du die große schaufel von presse und lade dran nimmst mit ähm mit ähm ähm was drinnen 8 ja aber ansonsten läuft das müssen sie schön aufgeladen sein nein hauptsache vernünftig drauf dass ich die noch verkaufen kann ne wäre ein traum ein träumchen kratz 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 bei giga wie wenn du fm radio hörst wie wenn du kein dhw plus und dir kein dhw plus radio leisten könntest wenn sie ab aufgrund von verkehr wenn ich das hier runter stehe vielleicht gibt sie einfach da rein ok wenn ich jetzt hier mich nicht festgefahren hätte beziehungsweise der der curse player boah eh die die sind so schlau aber ja und im nächsten moment auch nicht auch wieder nicht schlau als die curse player war teilweise äh du gibst ihnen eine Aufgabe heute und eine woche später gibts ihnen genau die gleiche Aufgabe auf dem genau gleichen Feld und genau den gleichen Kurs den du abgespeichert hast beim ersten mal schafft er alles super beim zweiten mal ist er voll überfordert und hängt sich andauernd auf und du fragst dich warum letzte woche auf dem selben feld der selbe kurs alles funktioniert mit dem selben trecker mit der selben sehmaschine oder was auch immer Sieht anders mit dem selben sehmaschine oder was auch immer ich bin auch hier ich bin auch hier das andere schuld Mal gucken mal hier. Und der 2 ist voll, ne? Ja, es sind gerade alle drei Abfahrer an der Abladestation. Ich schicke sie gerade alle drei wieder rauf. Die müssen gleich bei dir vorbeifahren. Zumindest ist die Nummer 2. Ja, ich bin hier oben auf dem Feld, das sehe ich nicht so. Das ist schade. Ich bin so höchstens links auf der Map, dass der Kurzblick vorbeifährt. Aber, ja doch, ich könnte sie sehen, wenn ich runterfahre, dann würde sie an der Straße wahrscheinlich langfahren. Ja, erst der Unimog, erst der Zwei-Vierer, dann der Unimog und dann der Tausender. Also, momentan kommt da ein Beton-Mischer. Beton-Mischer, ach, das bin auch ich. Naja. Ich fahre zu Krieger. Nee, der kann nicht. Wir haben schlecht Wetter. So, was wollte ich jetzt machen? Ach, ich war bei Lucky. Aha, ich bin Schildert. Ach, du Eiliger. Das war nicht durchdacht. Nö, war es nicht. Hey, hat sich schon eine neue Palette platziert, Lucky. Ja, die andere ist voll bestimmt, ne? Nee, ich habe die eine schon weggenommen. Ach so. Mit 944 Liter hat das. Willst du mal ganz kurz zu dem MF kommen? Nee. Doch, willst du? Nee, will ich eigentlich nicht. Der Panther 2 voll ist. Doch, komm mal rein. Ich muss hier aber Lucky Sachen beladen. Ja, jetzt ist gerade der andere. Ja, so. Wetten, du hast du umgeschmissen? Nein, komm mal rein. Da fährt... Da fährt... Da fährt... Die Palette, die du rechts am Rad siehst. Die ist festgespannt. Ja. So, warte. Mit welcher Taste hier? Jetzt ist sie wieder locker. Jetzt ist sie wieder fest. Komm zur Rückwärtsbar? Mach mal die Spanngrönte von allen auf. Ja, jetzt ist sie in der Ecke. Mach jetzt den ersten wieder ab. Da steht doch eh nichts drauf, weil du wirst eh alles hinten beladen auf die drei Achsen. Das ist eigentlich recht schlau. Habt ihr auch an die Gewichtsverteilung gedacht? Ja, die Gewichtsverteilung ist auf den Rädern. Ist auf der Achse, ja. Warten wir jetzt. Ah, das ist... Wie so ist das hier vor? Okay. Ich hab schon wieder reingedacht. Ja, ich bin schon. Mal schauen, ob ich damit zum Ziel komme. Wo ist denn das Ziel eigentlich? Wahrscheinlich die Dinge, oder? Jo. Vollgas. Ja klar, hä? Sonst wäre es ja keine Challenge. Ich frag mich, ob der eine, der ganz oben steht und ohne Spanngurte befestigt ist. Optisch. Jedenfalls, ob der das aussieht. Aber ist der ohne Spanngurte befestigt? Weil die Spanngurte... die nicht so hochgereicht haben. Die waren zu kurz. Habe ich noch nichts dafür. Aber es scheint zu halten. Ja. Ja. Halt Angst, dass ich hier komplett umschöpfe. Halt Angst, dass ich hier komplett umschöpfe. Auf Film. Auf Film. Ja. 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 Ja, ich muss mir jetzt auch erstmal das eine anschauen, die geschickt wurde Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt Wir sind schon drüber Ach, Lucky, wir wollten uns doch heute schicken Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Bisschen überlänge die Folge um 5 Minuten Ich hab gar nicht um die Zeit geguckt, die man zu darüber im Ansehen Lasst einen Daumen nach oben da Abonnieren nicht vergessen Und Freitag, 15 Uhr geht's weiter Ist schon wieder Freitag? Äh, Quatsch, Mittwoch ist 15 Uhr Mittwoch noch Mittwoch Mittwoch Mittwoch, 15 Uhr geht's weiter Macht's gut, bis dahin, tschüss Tschüss Tschüss